Das kann ja so gut sein, wie der Teil, den ihr dazu beiträgt, also das heißt die Daten, die zu uns kommen und letztendlich das Feedback von dem Produkt am Patienten, so entwickelt man sich. Das hängt gar nicht alles nur von uns ab, sondern für mich, wie viele Dinge im Leben, ist es halt so, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit, egal auf welcher Ebene, immer nur so gut ist, wie die einzelnen Teile oder die einzelnen Elemente, die das Gesamtpaket machen. Und die Bereitschaft, dass man sich selber kontrollierbar macht und Feedback gibt und auf die Sache bezugnet und nicht auf persönliche Dinge. Gerade was die Skolose Sache betrifft, ist es so, dass die meisten Leute sich selber in den Vordergrund stellen und vergessen, das ist hier, wenn sie sich selber in den Vordergrund stellen. Ja. 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 Von ihnen wollen wir? Ja. Klar, ja. 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 Se시면 Sie da hin so und hauen. Ja. će zu warten. Musik Wir müssen natürlich das System von der handwerklichen Zeit her lernen und natürlich auch die Epithelie, das ist einfach so. Je öfter man halt irgendwas im Leben macht, umso besser kann man es. Das dauert halt doch viele Jahre, bis man in dem, was man tut, wirklich so gut ist, dass es sich unterscheidet von dem, was alle anderen machen. Das ist die Erfahrung jetzt endlich und mit wie viel Herzblut man sich reinknimmt. Das ist die Erfahrung, bis man in dem, was alle anderen machen.